Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Digis Adventure mit mir, dem Retro-Gamer. Wir spielen in China die Vateraufgaben und befinden uns in dem Level Die Drei Botschaften. Die Drei Botschaften und befinden uns in dem Level Die Drei Botschaften. Die Drei Botschaften und befinden uns in dem Level Die Drei Botschaften. Die Drei Botschaften und befinden uns in dem Level Die Drei Botschaften. Die Drei Botschaften und befinden uns in dem Level Die Drei Botschaften. Okay. 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 Right. Okay. 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 Das war's dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und aktiviert das Glöckchen, um zukünftig auch keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.